So Leute, ich bin back! Und ich weiß, was ich zu tun habe, nämlich Kühe suchen und dies und das. Denn es ist erst ca. 2 Stunden vergangen, bevor... Nein, es ist noch weniger vergangen, glaube ich. Von daher passt das alles noch. Ich weiß noch alles. Und ja, jetzt geht's los. Here we go! Kühe suchen. Wir haben Weizen. Bloß, wo wollen wir die hier einlocken? Ich glaube, ich würde das gerne vergrößern. Du scheiß Bastard, ich hasse euch. Skelette immer sehen, töten, 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 töten. Zack, schön. Ich dachte, ich hätte ihn ausgewichen, weil ich mich hinter einem Baum versteckt habe. Aber scheinbar war das ja nicht der Fall. Übrigens erwähne ich noch mal gerne, der, die das, also Artikeln, auch unbestimmte Artikeln, kann ich nicht zuordnen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich hab's einfach nicht drauf, das zuzuordnen. Von daher nimmst du mir nicht übel. Falls ich mal der Auto sage, oder was auch immer. Ja, das passiert nun mal. Leider Gottes. Ich mag's ja auch nicht, aber ich kann's nicht verhindern. Das ist leider so. Einmal mit'n Fackelplatz hier. Ich brauch nämlich Platz. Koppelstern kann mal ein bisschen weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Zu viel Steak bräuch ich nicht. Was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen einen Zaun machen. Erstmal einen Zauntür. Das geht, glaub ich, so. Genau. Und dann, Bastikis. So, eine Zaun. Und so. 16 mal 2, das sind 32. Genau. Sehr schlau gerechnet. Ich, der Schlaumeier, Mathe-Genie und so. Bist du bescheuert? Äh, ich würd' mal sagen, ich sorge jetzt mal für die Kühe. Weil, ich brauch grad Leder. Aber das ist scheiße, weil da können die Viecher hier rüberspringen. Also, die Küpa oder sowas können dann ins Gehege springen. Das ist natürlich nicht so optimal dann. Von daher, vielleicht machen wir einfach eine separate Zaun-Bereich. Oder Gehege oder was auch immer. Oder, ne, das ist so schwer, so schwer. Rein theoretisch könnte ich das einfach als Gehege nehmen, so gesehen. Ich hoffe mal, das klappt. Oh, das geht hier nach unten. Das ist natürlich nicht so optimal, aber das ist ja kein Problem. Machen wir einfach zu. So. So. Das können wir weg-grabben. So. Nehmen wir das als natürliche Zone. So. So. So, da kommt hier noch ein Stück Erde hin. Damit das, keine Ahnung, symmetrischer ist. Obwohl das nicht wirklich symmetrischer ist, glaub ich zumindest. Wer weiß, der weiß. Platz ist ja sogar ziemlich symmetrischer. Äh, 14, 14, 14. Bap! Keine Ahnung. Hab ich hier vielleicht noch bisschen Holz? Ne, hab ich nicht. Egal. Äh. Da. Zack. Stickies erstmal umwandeln. Das sollte eigentlich auch schon fast reichen. Schätze ich mal. Hallo. Schätze ich mal so grob. 20. Könnte klappen, aber vielleicht auch nicht. Ich will halt nicht so viele Zähne machen, weil... Doch, ich brauch die nicht nachher immer noch. Für andere Tiere. Genau. Naja, egal. Äh. Hier kommt der Eingang. Da Eingang. Und dann kommt die hier nicht mehr raus. Aber ich komm hier raus. Also die kommt hier auch noch raus. Aber halt nur. Ich komm hier besser raus, weil ich menschlich bin. Und ich bin halt wissend und so. Kühe. Wo gibt's denn schöne Kühe? Wollen wir heute über ein größtes Thema reden? Ich glaub nicht. Doch, doch. Ein Thema hat mich mal interessiert. Und zwar. Die, dass... Weibliche YouTuber haben Vorteile gegenüber männlichen. Wegen Tendenbonus und so. Und darüber wollte ich halt... Ich meine zum Beispiel... Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Es gibt halt Leute, die sagen, das stimmt nicht. Und es gibt Leute, die sagen, das stimmt. Meine Meinung ist so ein bisschen geteilt. Muss ich ehrlich zugeben. Hallo. Kuh. Äh, Schwein. Weil ich finde zum Beispiel so... Es gibt halt Leute, die nutzen das aus. Und es gibt Leute, die nutzen das nicht aus. Sondern die sind einfach nur gut. Ach, Schwein, das sind jetzt Grotten, ne? Scheiße. Äh, es gibt halt Leute, die nutzen das aus. Und manche Leute, die nutzen das halt nicht aus. In dem Sinne. Ich meine jetzt im Ernst. Sexy Julia hat, glaube ich... Wie viele Abonnenten? 100.000 oder sowas? Und ich glaube nicht, dass, wenn sie männlich wäre, 100.000 Abonnenten hätte. Das glaube ich einfach nicht. Auch wenn es vielleicht so sei. Aber... Ich meine... Die macht dann doch Videos, die nur... So gesehen vormachen können. Und da rein theoretisch auch Männer. Aber... Wer will den Mann da rumtanzen sehen oder was auch immer? Zumba... Oder Zumba... Okay, es gibt Let's Player. Aber halt... Oh! Hier waren wir mal ganz am Anfang. Cool. Da ist auch irgendwo unsere Höhle, glaube ich. Ja. Geile Sache. Ähm... Aber ich denke halt, dass... Sexy Julia... In dem Leben so erfolgreich wäre... Erstens, wenn sie nicht bei den Osten-Seitern angefangen hätte. Aber... Die hatte damals ja trotzdem nicht so viele Abonnenten und so. Außerdem ist es halt so, dass... Die halt tatsächlich ihre Weiblichkeit total... Bad nutzt. Ich sag jetzt mal nicht ausnutzt. Ähm... Und ja, das ist auch nichts Verwerfliches. Denn wir Männer nutzen vielleicht was anderes aus, was mir jetzt grad nichts einfällt. Aber zum Beispiel... Naja, ich weiß nicht. Wenn wir zum Beispiel Sachen spielen, nutzen wir unser... Technisches Können aus. Na... Keine Ahnung. Nicht wirklich, wahr? Ähm... Aber vielleicht nutzen wir irgendwas anderes aus. Nicht wirklich, aber okay. Hoppala. Äh... Das kommt mal hier hin. Hm... Ich bin halt... Aber es gibt dann halt noch so... Eventuell Leute, die es schwerer haben. Zum Beispiel... Die, die was mit Gaming machen. Ich weiß nicht, ob die dann... So gerne geschaut werden, wie... Andere... Also männlichere... Kollegen. Männlichere... Und das ist auch sehr gut. Wie liegt bei dir da? Ist noch Pfannkuchen? Ja, ja. Bananenpfannkuchen? Ja, ja. Mit Nutella. Es gibt keine Nutella. Das bringt mich um. Die kann nicht schlagen. Aua! 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 Ja. Worüber waren wir? Wo sind wir stehen geblieben? Und das mit... Ah! Weibliche Gamer! Ähm... Die bekannteste in Deutschland ist so ziemlich, glaube ich... Zumindest die ich kenne. Honeyball. Coldmirror. Obwohl die ist ja nicht wirklich, äh... Gamer... Also die ist Gamerin, klar. Aber die macht ja nicht hauptsächlich Gaming-Videos. Glaub ich zumindest. Ähm... Von daher... Doch Honeyball. Na, ich... Jetzt wollte ich gerade sagen, aber die ist halt nicht so... Okay, die ist nicht typisch weiblich. Die ist halt nicht so... Oh mein Gott! Ah! Das ist ein Monster! Sondern so... Naja, die ist halt... Naja... Ich will es nicht normal sagen. Das geht jetzt total falsch. Ähm... Aber die kann zu spielen, sagen wir mal so. Ähm... Ich meine... Letztendlich ist es halt dann auch so, dass... Die ist sozusagen Herr Tutorial der... Herr Tutorial der... Ähm... Der, 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 der... Gurus. Nein, Herr Tutorial... Der Gaming, weil... Ja genau, so rum. Weil... Oh, es ist Nachtscheiße. Ähm... Option... Video Setting... Äh... Nicht Video Setting... Ich... Wollte... Das... So einstellen... Auto... Small... Normal... Genau, ich sollte das normal stellen, damit man das nicht so groß hin kann. Das ist da links. Ähm... Da lang. Gut. Weil... Die ist halt so eine so gesehene Ausnahme. Ich meine... Wie viele männliche... Äh... Gurus gibt es denn? Relativ wenige. Wie viele... Wie viele männliche... Äh... Wie viele erfolgreiche... Ich kann ja nur Herr Tutorial. So gesehen, glaube ich. Ja doch. Es gibt aber, glaube ich, dann... Vielleicht... Ist es auch falsch, aber... Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass ich mich... Mehr mit... Gaming befasse... Es ist auch vorher dann... Ich habe zumindest das Gefühl... Dass... Äh... Es mehr weibliche... Gamerinnen gibt... Ich kenne da halt zum Beispiel... Noch... Mrs. Flaschengeist... Miss... Ich... Keine Ahnung, ob es... Mrs. Oder auch Mrs. Flaschengeist... Die bezauberte Genie sozusagen... Äh... Das ist halt... Einer, die ich aktiv schaue, weil die halt Leute macht... Und... Es gibt halt auch wirklich viele andere... Wobei ich... Bei denen mir die Namen nicht merke, weil ich die... Also... Keine Ahnung... Ich kann mir Namen grundsätzlich schlecht merken... Ach Scheiße... Ich wollte... Eine... Fest... Festplatte... Eine... Eine Musikplatte... Eine Diskin... Nein... Nein... Ihr wisst schon... Oh, da ist schon mal mein Dingens... Das heißt, so weit bin ich nicht mehr entfernt... Bin ich auch nicht... Cool, cool... Ich laufe gerade sogar richtig... Das gefällt mir... Es gibt auch mal... Wirklich nicht... Wenige... Weibliche... Gamerinnen... Die auch... Gaming Videos machen... Von daher... Ich hab's irgendwie gerade heute nicht nur mit dem Thema, weil das hat jetzt gerade irgendwie nicht so mega viel mit dem Thema zu tun, obwohl eigentlich doch. Aber zum Beispiel diese, die bezaubernde Genie nenn ich die jetzt einfach mal, weil das ist Flaschengeist, ich weiß nicht, irgendwie würde ich das nicht so nennen. Aber die ist ja halt tatsächlich nicht schlecht und neu, aber die hat zum Beispiel noch nicht so viele Zuschauer, würde ich mal behaupten. Ich glaub 10.000 oder sowas, also 10 Abonnenten, das ist zwar schon viel, aber halt ich denke mal ein männlicher hätte das vielleicht besser hinkriegen können oder mehr Abonnenten hinkriegen können. Oder haben, hätte. Wobei ich da mir jetzt nicht sicher bin. Ja, zum Beispiel bei mir ist es halt nicht unbedingt andersrum bei ihr. Ich weiß nicht, warum ich hier ein Video schaue. Und zum Beispiel die von Pete Smith, bzw. Bram, nicht so oft schaue. Wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich schaue die von Pete Smith halt nicht so aktiv, wie die von Genie, weil die von Genie schaue ich alle. Wirklich alle, ja. Und deshalb ist das halt doch ein bisschen komisch und unlogisch irgendwie. Wenn man jetzt behauptet, die weiblichen Gamerinnen haben keine Vorteile. Weil haben die eigentlich auch nicht. Aber trotzdem schaue ich die halt nicht unbedingt nur, weil die weiblich ist, weil das hätte keinen Sinn. Dann würde ich ja alle schauen, was weiblich ist. Aber die ist halt auch wirklich gut. Und das ist halt irgendwie für mich bewundernswert. Auch wenn das irgendwie jetzt leicht frauenfeindlich klingt, weil das heißt sozusagen, normalerweise sind Frauen nicht so gut. Von daher, ja, das ist halt auch eine Serie Road to Gold. Die versucht halt Gold Revision oder Elo Gold zu werden. Wenn man das so, keine Ahnung, habe mich nicht über mich befasst. Interessiert mich auch nicht. Ja, zerstöre nicht mein Haus, du kleiner Herzliger. Muggel. Muggel. Oh, scheiße. Kommen wir mal zum kurzumschluss. Wie lange haben wir denn eigentlich? Ja, 14 Minuten reicht. Kommen wir mal zum Schluss. Also ich bin der Meinung, dass es durchaus nicht ja, dass diese Frage, ob weibliche YouTuberin, also, was, was? Warte, nochmal nein. Ich bin der Meinung, dass man die Frage, auch weil sich hier YouTuberin einen Vorteil gegenüber männlicher haben, beziehungsweise einen Nachteil, nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, weil es ein Zwischending ist. Es gibt halt Leute, die haben dadurch einen Vorteil, aber es gibt auch Leute, die haben dadurch keinen Vorteil. Besser Beispiel für Vorteil haben ist zum Beispiel meiner Meinung nach Sexy Julia. Weil ich der Meinung bin, dass die so gut wie keiner schauen würde, wenn sie nicht weiblich wäre. Gegenbeispiel ist zum Beispiel... Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob Mrs. V-Log... Die ist auch so ein Zwischending, ich weiß nicht. Ich würde jetzt auch... Obwohl würde ich das, wenn die männlich wäre, die schauen? Ich weiß es nicht. Kann durchaus sein, weil die macht ja durchaus gutes Video. Gutes Video. Gute Videos. Ja, von daher ist das irgendwie schwer. Aber ich glaube, ich würde die auch so schauen. Vielleicht nicht so aktiv. Obwohl, ich schaue die gar nicht... Naja, die bringt zu wenig Videos, um die aktivst schauen zu können. Aber, ähm... Ich weiß nicht. Wen gibt es dann noch? Klein Tanne? Oder, heißt die Klein Tanne? Ich weiß gar nicht so genau. Aber die schaue ich ja eh nicht. Naher. Obwohl die weibliches und Videos macht. Und nicht hässliches. Eigentlich ist sie... Ob die ist nicht voll süß. Das kommt jetzt vielleicht falsch, aber... Eigentlich ist das auch so eine süße Art, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm... Obwohl ist sie kein Aggorat oder Emo-Art? Obwohl... Sie... Nein, das sind nicht. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Jetzt labe ich oder so gescheiße und... Oh, das tut dann immer so... Ich habe da immer das Gefühl, dass ich auch irgendwie... Äh, was... Gemeines gelabert habe. Und dass alle Leute mich da jetzt helten, weil das falsch war und so. Ähm... Aber im Nachhinein tut das doch keiner, was mich doch ein bisschen glücklicher macht. Aber naja... Welche weibliche, kleinere YouTuber gibt es denn noch so? Es gibt halt doch ein paar kleinere. Die haben aber nur 100 Abonnenten oder sowas. Die meisten sind halt auch nicht wirklich berauschen. Ah, ja klar, es gibt tausende Gurus. Ah, Kimberlichen oder sowas. Kimberlichen? Die ist als Chinesen, darum schaue ich die wahrscheinlich. Und... Naja... Bisschen witzig ist das schon, was sie da so macht. Wobei die eigentlich keine Comedy macht. Zumindest nicht wirklich. Die macht auch Guru-Sachen und so. Äh, aber letztendlich... Würde ich die nicht schauen, wenn die männlich wäre? Ich denke mal, wenn die männlich wäre. Naja, das ist halt so, dass die Gurus-Sachen würde ich allgemein nicht beim männlichen Charakter schauen. Zum Beispiel Herr Toloria halt. Hm, das ist halt doch schon wieder so eine Frage. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Kimberlichen oder sowas. Keine Ahnung. Ich hoffe halt auch bei Divimove. Ich finde die Leute von Divimove irgendwie voll kompetent. Keine Ahnung, warum. Ähm... Und ja... Sollte ich mal... Also jetzt mal im Ernst. Ich finde, Chrissy Kosmetik sieht komisch aus. Ich weiß nicht, ob das... Ähm... Meine Schwester findet sie voll hübsch und so. Und viele sagen, die ist voll hübsch und so. Ich hab die mal live gesehen. Und ich fand, die sieht irgendwie komisch aus. Ich hab natürlich nichts gegen sie. Weil, wieso sollte ich gegen irgendwer jemanden haben, die ich nicht persönlich kenne? Die scheint auch recht nett zu sein. Und die so... Das ist... Aber... Ihr ist... Die Art mag ich irgendwie nicht so. Die ist halt so... Oh ja, cool! Ja! Äh... Ich weiß nicht. Auf einmal als wir die bei in Köln... Äh... Da war ja diese komische... Video-Day-Vortreffen oder sowas. Und dann kam die so an. Beziehungsweise meine Schwester ging dann dorthin und die so... Ja cool! Und wie ist denn dein Kahn da... Ich denke... Ich denke mal... So gut wie alle würden so reagieren. So ziemlich... Wie es halt so irgendwie paar Abonnenten mehr haben. Ähm... Dass die halt so... Extrem freundlich... Also... Naja... Ich weiß nicht. Irgendwie... Das hat mich voll so... Wow! Ist die nett! Aber irgendwie gefällt mir das nicht. So eine Art... Wisst ihr was ich meine? Ich weiß nicht ob ihr das wisst. Aber ähm... Das ist halt... Komisch. Irgendwie. Die ist... Eigentlich wahrscheinlich total nett. Aber... Ich finde halt diese... Zunettigkeit, obwohl wir uns nicht kennen... Irgendwie... Abstoßend... Ich finde man sollte sich erstmal ein bisschen... Antasten... Das klingt jetzt ja da falsch. Ich taste Chrissy Kosmetik an. Oh mein Gott. Ähm... Aber... Ich weiß nicht. Irgendwie... Ja... Wie ist denn dein Kanal? Ja... Alter... Jetzt nicht Alter. Das ist jetzt so übertrieben. Ja... Äh... Äh... Ja... Mach ein Foto... Also... Die sagt nicht aber... Wenn man zum Beispiel schon fragt... Ob man eine Foto... Ja... Poste mir das von einem Pinnwand und so... Ich weiß nicht. Das ist echt total normal. Aber ich finde es auch nicht komisch. Weil ich einfach nicht zu diesen Guru-Szene gehöre wahrscheinlich. Ich meine... Die Guru-Leute würden bestimmt noch denken... Was macht der Typ da? Der spielt ein Spiel und labert. Was stimmt denn mit dem? Ähm... Aber ich denke auch tatsächlich... Dass es so ist, dass... Mehr weibliche Charaktere... Ich zocke zu viel. Ist mir gerade so aufgefallen. Äh... Nein... Dass mehr Mädchen, Frauen und was auch immer... Let's Plays oder Gaming-Sachen schauen... Als... Männer... Jungs... Äh... Gurus schauen. Weil... Es gibt halt... So extreme... Extreme Fans von Gron und Sarazza... Unter den Größeren. Aber ich kenne kein... Männchen... Der irgendwie... Herr Tutorial schaut oder sowas. Aber das... Ist natürlich... Dann auch nur ne... Sache der Definition. Also... Ich kenne zumindest keinen. Hm. Aber gut. Das ist ja auch... Warte, wen habe ich auch mal gesuchtet? Irgendeine weibliche YouTuberin? War das vielleicht sogar Mrs. V-Lock? Auch von damals war die noch relativ klein. Es könnte Mrs. V-Lock sein. Wo ich mir... Ne, Mariechen glaube ich. Genau, Mariechen ist auch so ein YouTuberin. Oder hieß sie nur Marie-01 oder sowas. Oder gar nichts. Ist auch saukool. Äh... Die hab... Die kenne ich tatsächlich nicht durch Lion-TV. Ich kenne Lion-TV... Eher durch gar nichts. Also... Die heißt gar nichts. Äh... Ja, irgendwie komisch. Warum ich die... Die ist sogar mega witzig, finde ich. Weil die lebt... Also gar nichts. Ist halt so diese ironische Art, dieser Humor, worauf ich halt stehe. Weil ich bin gerne ironisch, was man auch vielleicht an meinen 101... Äh... Fragen-Tag blablabla gesehen habe. Das hab ich tatsächlich nicht von ihr. Ich glaube, das hab ich sogar vorher hochgeladen. Bin mir nicht sicher. Das hab ich tatsächlich... Nein, hab ich gar nicht. Ich hab das zuerst gedreht. Zuerst von Commander-Krieger gesehen. Also zuerst... Doch. Als allererstes von Commander-Krieger gesehen. Und dann von... Äh... Die bezauberte Genie. Und da hab ich's gedreht. Beziehungsweise ich hab's schon während... Ich... Das von Beschaubar der Genie gesehen habe. Gedreht. Und da hab ich es... Erst... Von dem gar nicht gesehen. Die ist, glaub ich... Doch, die ist in den letzten Tagen sehr groß gewachsen. Ich kannte die halt... Durch irgendein... Ich hab halt... Ein Video. Ich weiß gar nicht wieso. Aber ich glaub das war bei empfohlenen Videos oder sowas. Ich schau da gerne mal vorbei. Weil... Um neue Abonnenten... Äh... Um neue YouTuber kennenzulernen und so. Ähm... Da war die halt mit irgendein... Gar nichts bald bei Tuff. Und er dachte so... Hm... Interessant. Und dann halt... Ich fand die halt mega sympathisch und... Mega real. Das klingt jetzt wieder so falsch. Ähm... Und lustig. Und ja, darum hab ich die mal abonniert und so... Blablibblablab. Damals hatte die, glaub ich, circa... 200-300 Abonnenten. Und jetzt hast du 10.000 durch Lines... Video da. Was... Ich natürlich gönne. Und auch hoch verdient wahrscheinlich. Ähm... Ja... Was soll man dazu noch sagen? Hm... Machen wir mal... Machen wir mal zwei Parts draus. So haben wir mal eine super lange Folge draus. Super lange Folge, sag ich mal. Weil ich... Hab jetzt keine Lust mehr aufzunehmen. Äh... Weil so kann man das bestimmt nicht sagen. Äh... Ich denk mal, wenn ich... Hätte ich einen Vorteil, wenn ich jetzt... Schminkvideos machen würde? Weil das ja irgendwie ungewöhnlich ist. Ich glaube nicht, weil ich keine Ahnung davon habe. Ähm... Darum würde es aber schon keiner schauen, weil das absolut Bullshit wäre. Obwohl ich es tatsächlich schon mal über einen... Parfümten... Review gemacht habe. Hab ich es genannt? Oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht mehr. Das war aber mehr so... Comedy. Ja, das war 100% pro Comedy. Ich hab da irgendwas gelabert mit... Ja, voll geil und so. Version 1.8 und so. Und äh... Ja, blablabla. Auf jeden Fall... Ich bin der Meinung... Ja, aber auch nein. Und... Ja, schreibt mir doch mal eure Meinung in den Kommentaren. Ich bin übrigens immer offen für Meinungen von euch. Auch bei den anderen Themen. Was ihr so davon denkt und was ihr davon haltet. Auf jeden Fall. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Jetzt werde ich es auch bei jedem Video ganz hinten sagen, weil... Da guckt wahrscheinlich eh keiner mehr zu. Von daher kann ich das sogar sagen. Da fühle ich mich auch nicht schlecht. Naja, okay. Haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Alles meine Läupe. Tschüßen. 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 Tschüßen.